Frank-Walter Steinmeier, der Bundesaußenminister, hat derzeit wahrlich keinen einfachen Job. Er agiert in einer Welt aus Krisen, Konflikten und Kriegen. Flüchtlingsdramen im Mittelmeer, die drohende Griechenland-Pleite, der ungebremste Terror der ISIS, die Machtkämpfe um die Ostukraine, ein destabilisiertes Libyen, Irak, Iran, die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Geopolitische Stabilität ist ein rares Gut geworden. Die Welt scheint zu taumeln und Deutschlands Aussenpolitik soll eine grössere Rolle darin spielen. Mehr Verantwortung tragen. Sie liegt bei Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier ist verheiratet und hat eine Tochter. Er lebt in Berlin. Frank-Walter Steinmeier, das war ja eine Schilderung unserer täglichen Wirklichkeit. Sie waren aber schon einmal Außenminister, 2005 bis 2009 und jetzt seit 2013. Was ist anders geworden? Viele Leute fragen mich, hättest du es gewusst, wie es sich entwickelt? Hättest du es wirklich noch zum zweiten Mal gemacht? Das sage ich mit Entschiedenheit ja, wenngleich die Zeiten wirklich völlig unterschiedlich sind. In den Jahren 2005 bis 2009, in meiner ersten Amtsperiode, lag erstens hinter mir eine lange Phase, die stärker auf die Innenpolitik orientiert war. Zweitens eine Phase in der Außenpolitik, die verglichen mit der heutigen wirklich ruhiger war. Unruhig wurde es am Ende mit dem Ausbruch der grossen Krise auf den internationalen Finanzmärkten im August 2008. Aber ehrlich gesagt, mit Blick auf die Turbulenzen, Krisen und Konflikte, mit denen wir heute zu kämpfen haben, waren es vergleichsweise ruhigere Jahre. Ist denn auch das Handwerk anders geworden? Es ist ein Handwerk auch, das außenpolitische Handwerk, die außenpolitische Sprache. Sehen Sie da Unterschiede, wie man die Dinge anpackt oder nicht anpackt? Ich glaube, durch das Zusammenspiel von Politik und Medien verändert sich auch Politik. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber schon die Geschwindigkeit verändert sich. Und ich bedauere manchmal auch öffentlich, dass wir in der Außenpolitik mit den Mitteln, die wir in der Hand haben, dem Takt von Agenturmeldungen schlicht nicht Rechnung tragen können. Wir können Ergebnisse nicht so schnell liefern, wie sie medial von uns eingefordert werden. Oder noch schlichter gesagt, du kannst deinen Krieg losbrechen in zwei Tagen, aber du brauchst vielleicht zwölf oder zwanzig Jahre, um die Folgen zu heilen oder eine politische Lösung hinzukriegen. Insofern fällt die öffentliche Erwartung, auch die mediale Erwartung, immer stärker auseinander von den Möglichkeiten, in denen wir in der Lage sind, etwas zu reparieren. Das Zweite, was sich stark verändert hat, ich würde jetzt gar nicht sagen zu meiner ersten Amtsperiode, aber innerhalb der letzten 20 Jahre, die Außenpolitik ist stärker rhetorisch durch öffentliche Äußerungen bestimmt und nicht mehr so sehr die klassische Diplomatie, die zunächst versucht, im Stillen etwas zu bewirken, bevor nach außen Ergebnisse verkündet werden. Und das macht es offengesagt nicht einfacher. Das ist ja auch so, dass heute eine Grossmacht, nämlich Russland, sich mit Kriegsrhetorik profiliert. Was setzt der Diplomat dem entgegen? Sie können ja nicht einfach schweigen. Andererseits sagt man, man muss Russland bestrafen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben den Begriff immer als unglücklich betrachtet. Wie kann man so eine stolze Nation bestrafen? Also da liegt ja schon der Wunsch zu demütigen im Begriff. Also was tun Sie da als Politiker, ich habe gesagt, Diplomat, das ist ja nur ein Teil Ihrer Arbeit, als Außenpolitiker, um runterzukommen von dieser Reizwortschlacht? Es ist jedenfalls so, dass die vorschnelle Feinderklärung zu nichts beiträgt, erst recht nicht zu Lösungen. Und wenn wir den Ukraine-Konflikt nehmen, darin kann man vieles studieren, finde ich. Es ist kein halbes Jahr her, als mir ein Kollege Außenminister aus den NATO-Staaten sagte, wir müssen jetzt mal entscheiden, ob Russland ein Freund, ein Partner, ein Gegner oder ein Feind ist. Und ich habe eben gesagt, diese Frage kann man so stellen, wenn man sehr weit entfernt Verantwortung trägt. Je näher man dran ist, umso mehr weiß man, wie immer man sich entscheidet. Dieses Russland bleibt jedenfalls ein großer und wichtiger Nachbar, der so oder so im Guten wie im Bösen Einfluss nehmen wird, auch auf Politik in Europa. Und deshalb halten wir möglichst ein paar Entwicklungsstränge offen, von denen ich auch nicht sagen kann, wie sie sich entwickeln werden. Ich kann heute nicht sagen, wie sich Russland in 15 oder 20 Jahren darstellt, aber wir müssen jedenfalls die Chance aufrechtzuerhalten, mit diesem Russland irgendwie noch Politik machen zu mögen. Aber wenn wir mal ein bisschen darüber reden, was denn eigentlich geschehen ist, womit wir das zu tun haben, ich empfinde es manchmal wie eine Zeitreise, in eine Zeit, die man vergangen hielt. Also der Kalte Krieg war offenbar nicht nur kalt, sondern Heisszeit, in dem jetzt diese tiefgefrorene Entwicklungen aufbrechen. Und haben wir es damit zu tun, dass hier Geschichte nachgeholt wird? Jedenfalls sind die langen Schatten der Vergangenheit länger, als wir es erwartet haben. Und die gegenwärtige Phase von Krisen und Konflikten ist durch ganz vieles geprägt, aber eben auch davon, dass uns eine überwolkende Ordnung fehlt zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und nicht, dass ich mir die alte zurückwünsche. Gerade wir Deutschen haben keinen Anlass, uns die Zweiteilung der Welt zurückzuwünschen. Deren Ende war die Voraussetzung für die Wiedergewinnung der Einheit in Deutschland. Aber, was ganz ohne Zweifel passiert ist, ist eine alte Ordnung untergegangen. Eine Ordnung, in der jeder wusste, ob er zu denen oder zu denen gehört. Und eine neue Ordnung ist nicht an die Stelle getreten. Und wir leben, sage ich, gelegentlich in einer Welt, die auf der Suche nach einer Ordnung ist. Und diese Suche nach Ordnung ist eben kein freundlicher Seminardiskurs, sondern das entlädt sich durchaus im Konflikt, an manchen Orten auch gewaltsam. Und man sieht eben in diesen Konflikten die Schatten der Vergangenheit zum Teil wieder aufleben. Das kann man an dem Ukraine-Konflikt studieren. Ist aber sicherlich nicht das einzige Phänomen, wenn wir in den Mittleren und in den Nahen Osten nach Nordafrika gucken, ist es das zweite Phänomen, dass häufiger nicht mehr Staaten miteinander im Konflikt sind, sondern in Staaten revoltierende Gruppierungen, fundamentalistische, radikalistische Vereinigungen sich gegen die eigene Führung des Landes auflehnen. Und wir es deshalb mit Konfliktparteien zu tun haben. Wir nennen ISIS jetzt beispielsweise, die nie eine Charta der Vereinten Nationen unterschrieben haben, und die sich auch an nichts gebunden fühlen, die sich an keinem Sicherheitsratsbeschluss der Vereinten Nationen orientieren. Und das macht heute Außenpolitik schwieriger, als das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Europa ist ja ein Friedensprojekt. Eigentlich ein gelungenes, im Prinzip. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass unsere Modernität unter anderem darin besteht, dass man mit Verhandlungen zu einer Lösung kommt. Irgendwie redend. Und das ist auch eine ganz bestimmte Sprache, die wir uns angewöhnt haben. Was würden Sie dazu sagen, zur Beobachtung, Behauptung, dass das Problem auch darin besteht, dass zwei Sprachen miteinander den Verkehr suchen. Also eine nationalistische, zum Beispiel in Osteuropa mit Russland, in der Ukraine, eine nationalistisch-russisch geprägte oder eine religiös geprägte, das sind ja Vergangenheitssprachen für uns. Meine Beobachtung ist eher noch ein wenig anders. Ich würde nicht behaupten, dass Verhandlungen und Diplomatie unmodern geworden sind. Das würde Ihnen auch ein chinesischer Kollege oder ein russischer Kollege in derselben Art und Weise sagen. Ich glaube eher, dass sich die Verhandlungsgrundlagen verändert haben. Und das ist durchaus schmerzvoll für uns Europäer. Wir sind ja in unserem Alter groß geworden als Menschen, die das Erbe der europäischen Aufklärung positiv für sich aufgenommen haben. Soweit sie politisch tätig waren und in der Berichterstattung über Politik, das für uns ein Maßstab war. Und wir sind über Jahrzehnte davon ausgegangen, dass es vielleicht nicht nur für uns in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, sondern für die ganze Welt vielleicht ein Orientierungspunkt, wenn nicht sogar ein Fluchtpunkt sein könnte, auf denen sich gesellschaftliche Entwicklung zuentwickelt. Die Vorstellung, dass sich der Rest der Welt, wenn ich es kurz sagen darf, um die europäische Sonne dreht und dieses Bild scheint erschüttert zu sein. Und gar nicht so sehr durch Terroristen im Mittleren Osten, sondern dadurch, dass neue Spieler, neue Player auf der Weltbühne aufgetaucht sind, die zunächst, die wir zunächst wahrgenommen haben als Regionen mit starkem wirtschaftlichen Wachstum, die uns vielleicht ökonomisch bedrängt haben, bei denen wir unterschätzt haben, dass sehr rasch der ökonomischen Stärke auch politischer Anspruch folgt. Und wenn wir heute schauen nach Brasilien, auch nach Indien, aber erst recht nach China, so sehen wir, dass dort eingeklagt wird, dass sie einen Mitgestaltungsanspruch auf dieser Welt haben und ihn verfolgen und dass sie sich heute stärker auf eigene Traditionen, auf eigene Geschichte, auf eigene Philosophie beziehen. Und deshalb unsere Hoffnung, dass sich jeder, der hinzukommt zu der Familie der Staaten, auf das Erbe der europäischen Aufklärung und auf Europa und den Entwicklungsstand, den Zivilisationsstand in Europa bezieht, diese Zwangsläufigkeit jedenfalls besteht ganz offenbar nicht. Kommen wir doch mal auf die Werte, die Sie geprägt haben. Sie sagen ja, wir sind in unserer Generation, ja, Sie sind viel jünger eigentlich, stelle ich mit Schrecken fest. Und man sieht es gar nicht. Ach, das war so nett, dass Fussan gehalten werden. Ja, wirklich. Danke. Also, aber diese Werte sind ja in uns. Das sind ja Sie. Und Sie sind in einer Familie groß geworden, eine sehr einfache Familie. Der Vater war Tischler, die Mutter war Forstarbeiterin, der Bruder ist Schlosser geworden. Und ihre Mutter mit 17 musste sie flüchten. Also sie gehört einer Zeit an, von der wir gedacht haben, es gibt es gar nicht mehr. Sie waren Flüchtling, ihre Mutter. Ja, und es ging um Leben und Tod, wie jetzt. Also das ist ja unglaublich. Sie bekämpfen jetzt eine Welt, eine Welt, die so Flüchtlinge hervorbringt. Das soll gelöst werden. Und die Flüchtlinge sollen empfangen werden. Und sie kommen aus diesen Werten. Wie war denn das? Wie haben Sie als Knabe das aufgenommen? Ich habe mal gesagt, ich freue mich, dass ich in einer Familie groß geworden bin, in der das Flüchtlings- und Vertreibungsdrama nicht rückwärts aufgearbeitet worden ist. Auch die Familien gab es. Es gab ja noch in den 50er, 60er und 70er Jahren radikalisierte vertriebenen Verbände, die die Realitäten nicht akzeptiert haben und auch nicht akzeptieren wollten. Das war in meiner Familie anders. Meine Mutter ist mit sechs anderen Frauen und Kindern zusammen geflüchtet aus der Stadt von Ferdinand Lassalle und Fritz Stern aus Breslau. Und sie sind irgendwann im Westfälischen angekommen und sind dann verteilt worden auf die, eine sehr ländliche Gegend, damals noch sehr von Landwirtschaft geprägt, sind dann verteilt worden auf die verschiedenen Bauernhöfe, haben, wie ich weiß, kein einfaches Leben dort gehabt. Natürlich, das waren Menschen, die hinzukamen unter Knappheitsbedingungen. Dann musste noch mal teilen, sowohl Wohnraum wie Nahrung und Kleidung. Meine Mutter hat es dann auch über den Sport geschafft, sich zu integrieren und Mitgliedschaft in den Vereinen auf dem Dorf. Was denn für den Sport? Handball hat sie gespielt. Handball. Naja, und so hat sich eine Familie gegründet, die sehr, sehr ehrgeizig war, aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation herauszukommen. Und davon haben sicherlich mein Bruder und ich auch beide profitiert, weil insbesondere meine Mutter sehr erpicht darauf war, dass die Kinder was lernen, dass sie zur Schule gehen, einen ordentlichen Beruf lernen. Und das Haus musste gebaut werden. Also eine Familie, die mit wirklich protestantischem Ehrgeiz daran gearbeitet hat, dass es den Kindern besser geht als den Eltern selbst. Ja, gab es denn auch, sagen wir, inhaltliche Werte neben dem Ehrgeiz, die Ihnen vermittelt wurden? Was geht und was nicht? Ich glaube, dass ich viel von dem, was mich geprägt hat in meinem Leben, aus der Familie selbst, aus der Region, aus der ich stamme, dass ich viel davon mitgenommen habe. Und was die Werte zu Hause angeht, Ich glaube, das war das Interesse an Kategorien, die nur durch Bildung vermittelt werden können, den Horizont so früh es geht und so weit wie möglich zu weiten. Das war aber auch die Orientierung darauf, richte dich frühzeitig so darauf ein, dass du aus deiner eigenen Arbeit auch dein Leben fristen kannst. Und insofern gehörte auch diese Orientierung auf Lernen und Arbeit von Anfang an mit dazu. Sie wurden ein lesender junger Mensch, nehme ich an. Ja, ich hatte Phasen in meinem Lesen, in meinem Leben, in denen ich Bücher, wie man so schön sagt, geradezu gefressen habe, fast alles in dieser Zeit. Was waren bedeutende Bücher für Sie, für Ihre Entwicklung? Jetzt, beim Tod von Günter Grass, habe ich mir selbst nochmal überlegt, was war eigentlich so eins meiner wichtigen Bücher in der Jugend. Und ich kann mich erinnern, eins der Bücher, was man nicht einfach nur durchgelesen hatte und weggelegt hatte, in den Schrank gelegt hat, das war für mich Katz und Maus von Günter Grass. Ja? Ja, das finde ich das Tollste von ihm. Ein vielleicht nicht auf den ersten Blick typisches Jugendbuch, aber in dem man sehr viel lernt über Ausgrenzung, Isolation, auch darüber, wie dünn die Decke der Zivilisation in einer Gesellschaft ist. Das war eins meiner Bücher, was, glaube ich, mehr als nur das Vergnügen am Lesen mit sich gebracht hat. Wir sind ja, da kann ich schon wir sagen, wir sind ja hineingewachsen in eine Kultur, voller Schriftsteller, Philosophen, also war ja nicht nur Grass, da war Böll, da war Habermas, da waren aus Frankreich natürlich ganz bestimmende Figuren, Sartre und Camus. Und da musste man sich entscheiden, bin ich jetzt ein Camus-Anhänger oder ein Sartre-Anhänger, weil die beiden haben sich ja in einem existenzialistischen Schisma. Und das hat ja Bedeutung. Meistens ist man ja als Existenzialist gestartet und bei Sartre gelandet. Ja, ja, am Schluss ist der der größere Philosoph, das ist klar. Der andere ist vielleicht der schönere Schriftsteller. Aber hatte das auch Bedeutung für Sie, diese Franzosen, diese zwei? Die beiden Franzosen, ja, aber vor allen Dingen wollte ich sagen, die Vorliebe zur Autorin oder zu bestimmten Gattungen von Literatur verändert sich ja auch. Ich habe zum Beispiel in einer jugendlichen Phase sehr viel Hermann Hesse gelesen, was ich in späteren Phasen meines Lebens nicht mehr so richtig begriffen habe. Also es verändert sich. Ja, es gab ja eine Phase, da musste man ein bisschen verschweigen, dass man Hesse mochte. Inzwischen ist es wieder besser. Ein bisschen wie Dato und ein bisschen Steffenwold. Aber es war eigentlich eine Kultur der Intellektuellen und der Schriftsteller. Ich meine, das war schon ganz wesentlich. Gruppe 47 gab es. Ja, vielleicht, weil wir am Anfang über Zeit gesprochen haben, vielleicht hat uns das auch geholfen, dass auch Studienbedingungen zu der Zeit noch anders aussahen, als sie heute für unsere Kinder aussehen. Ich will nicht sagen, dass wir faul waren, ganz im Gegenteil. Ich habe mit Ehrgeiz studiert und habe nebenbei Studentenpolitik gemacht und trotzdem viel gelesen. Das ging aber noch, weil die Studiengänge vielleicht nicht ganz so vollgepackt waren, nicht ganz so durchstrukturiert waren, mit bestimmten Lücken von Freiheit, wie das heute bei sehr viel gedrängteren Lernstoff vielleicht heute auch gar nicht so möglich wäre. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich die intellektuellere Jugend waren oder ob wir nur einfach mehr Freiheiten hatten, von denen wir Gebrauch machen konnten. War es nicht auch, wir spürten mehr, vor allem in Deutschland. Natürlich kann ich nicht vergleichen mit der Schweiz. Wir sind da relativ betulich gewesen, weil wir sind ja heil aus der Katastrophe hervorgekommen. Aber in Deutschland spürte die Jugend, ihre Generation nicht auch die Verpflichtung, sich hier intellektuell schlau zu machen, um es mal ein bisschen krud zu sagen. Auch Sie haben gesagt, Studentenpolitik, das waren ja nächtelange Diskussionen über Philosophie, über Adorno, Marcuse. Und das Abarbeiten, im Grunde genommen an der Väter- und Großvätergeneration, das uns eben auch ein Stück geprägt hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, ein Teil des politischen Interesses in meinem Studium ist eben auch erwacht als meine Generation. Und ich gehörte zu denjenigen, die sich versucht haben, darum zu kümmern, entdeckt hat, dass zu der Zeit, Anfang und Mitte der 70er Jahre, vieles aufgearbeitet war am deutschen Nationalsozialismus und die Verantwortung, die Deutsche dafür tragen, noch relativ wenig bei den Juristen und ihrer Rolle im Dritten Reich. Und ein Teil meines Studiums war dadurch bestimmt, dass wir versucht haben, dahinter zu kommen, zu wissen, was war die Rolle, in die wir uns durch Ausbildung hineinbegeben und was muss man für den eigenen Lebensweg, was muss man gesellschaftlich vermeiden, um verhindern zu helfen, dass dieses Land noch jemals eine ähnliche Entwicklung nimmt. Das war schon ein bestimmender Faktor, bei dem, glaube ich, so etwas wie Verantwortung gereift ist und dafür einen Sinn zu haben, diese Verantwortung nicht zu unterschätzen, das hilft einem heute in der Politik. Wenn wir das mit den Studiengängen heute und den Anforderungen der Universitäten heute vergleichen, dann ist doch heute alles eigentlich auf Ausbildung getrimmt. Ich bilde mich aus, um dann in diesem Beruf Erfolg zu haben. Eigentlich ist der Begriff Universal der Universität eigentlich nicht mehr da. Damals gab es viel mehr Freiraum, Sie haben es gesagt, um auch Wege zu suchen, die nicht direkt mit dem Studium zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es in der Schweiz den Begriff der Orchideenfächer gibt. Bei uns sind eine Zeit lang Universitätsreformen unter der Titelzeile geführt worden, wir müssen uns vor diesen Orchideenfächern trennen, um sozusagen an den Kern der Sache zu kommen, um die Menschen auf das Leben vorzubereiten. Sicherlich ist vieles dran, und ich will das überhaupt nicht verwerfen, dass man jungen Menschen helfen sollte, ein Studium mit einem Beruf zu erwerben, mit dem sie am Ende auch ein eigenes Einkommen erzielen können. Trotzdem diese Aggressivität, mit der man sich von den Fächern, in denen zugegebenermaßen vielleicht wenige studierten und die nicht unmittelbar verwertungsrelevant waren, ich glaube, dass die Universitätslandschaft verloren hat, mit insbesondere einigen Bereichen der Kulturwissenschaften, die ganz stark in Deutschland waren, und mit denen wir uns im späten 19. Jahrhundert einen riesigen Ruf erworben haben, gerade in Ostasien, wo deutsche Kulturwissenschaft geholfen hat, in Ostasien eine Geschichte aufzuarbeiten, die von den Asiaten selbst gar nicht aufgeschrieben war. Das sage ich als Beispiel für etwas, das macht die ganze Breite der deutschen Universitätslandschaft aus, und in der Breite haben wir sicher gelitten. Deshalb sind die Studenten heute nicht dümmer, aber ich glaube, an Auswahl ist uns etwas verloren. Ich würde es so sagen, sie sind nicht dümmer, aber sie sind ungebildeter. Die Breite ist die Bildung. Also das schmalspurigste Studium ist ja, das ist jetzt meine Meinung, ich habe auch doziert in St. Gallen, das ist Betriebswirtschaftslehre. Also ich meine, da täte doch manchen gut, die würden ein Kulturfach belegen, wie Geschichte oder zumindest Wirtschaftsgeschichte nicht, oder ein Orchideenfach wie Kunstgeschichte nicht. Lieber Frank Ammeyer, das war nicht das Übliche zu unseren Studienzeiten. Aber es war möglich. Und ich kann Ihnen jetzt mal nur das Gegenbeispiel sagen. Ich habe in meinem Bundestagsbüro ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten. Ich habe Kontakt zu den jungen Leuten, die die Ausbildung im Auswärtigen Amt beginnen. Und ich bin ehrlich gesagt ein ums andere Mal erstaunt, was viele junge Menschen heute mitbringen, trotz eines weitgehend verschulten Studiums. Deshalb würde ich sagen, sie studieren anders als sie oder ich in meiner Generation. Aber das muss nicht zwingend bedeuten, dass sie mit weniger Voraussetzungen in ein Berufsleben starten. Ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal großen Respekt vor dem, was viele mitbringen. Also ich habe ja nicht studiert. Ich bin Schriftsetzer. Also Autodidakt. Und mich hat mal Peter Glotz, einer der großen Denker der Sozialdemokraten, der ja vielleicht sogar fehlt, könnte man sagen, heute. Der hat mir mal gesagt, wer als Student sich nicht benimmt wie ein Autodidakt, kommt nicht zu einer gewissen Bildung. Ich glaube schon, man müsste eigentlich einem jungen Mensch sagen, du musst über das hinausgehen, was von dir gefordert wird. Das ja. Ob das dasselbe ist, wie ein Autodidakt zu sein, weiß ich nicht. Wenn ich zurückdenke, mein Studium in dem, was nicht unmittelbar fachbezogen war, habe ich ganz häufig mit vielen anderen betrieben. Wir haben gemeinsame Lesegruppen gehabt, in denen wir Literatur gelesen haben oder politische Literatur gelesen haben, mit Herz und Leidenschaft anschließend drüber diskutiert haben. Aber es war weniger die Insel des Autodidakten. Es war eher das soziale Aufeinanderbezogene. Und den Nutzen, den man daraus gezogen hat, dass man gerade nicht alleine im Studierzimmerchen saß, sondern Austausch hatte und sich ein paar Welten eröffnet hat, die man sich selbst durch eigene Lektüre oder eigenes Erleben nicht hat erschliessen können. Wir haben jetzt geredet über diese ganz spezielle Aufbruchskultur, auch Intellektuelle, der Bundesrepublik eigentlich bis zur Wiedervereinigung. Und die Wiedervereinigung ist ja eigentlich der Moment, wo Deutschland wirklich souverän wurde. Und sie sind eine entscheidende Figur gewesen der rot-grünen Regierung, in der die erste grosse außenpolitische Emanzipation passierte. Das Ja zum militärischen Mitmachen, solidarischen auf dem Balkan, das Ja zum solidarischen Mitmachen in Afghanistan und das Nein zum Irak-Krieg. Das war schon eine Veränderung. Das Deutschland seither ist ein anderes. Ja, massiv. Und wir haben uns im Grunde genommen weder von den Entscheidungen erholt, noch ist uns die Folge der Ereignisse von 1990 bis 1992 wirklich bewusst. Über einen Aspekt haben wir miteinander gesprochen, dass da eine alte Ordnung verschwunden ist, die diese zynischen Gewissheiten des Kalten Krieges vernichtet hat. Und auf der anderen Seite eben, und das hat es für die Deutschen schwieriger gemacht als für die Schweiz oder die Franzosen, dass etwas hinzugekommen ist, mit dem jedenfalls nicht alle gerechnet haben in Deutschland nach der Wiedervereinigung, dass wir diese Form des In-Ruhe-Gelassen-Werdens, weil beide deutschen Staaten, Frontstaaten, während der Blockkonfrontation im Kalten Krieg waren, dass diese Form des In-Ruhe-Gelassens auch sein Ende gefunden hat. Sie haben es freundlicherweise anders beschrieben und gesagt, da haben Sie volle Souveränität erlangt. Und ja, und es war eben eine volle Souveränität, nicht nur mit den Rechten, sondern auch mit den Pflichten. Und die Auseinandersetzung mit den Pflichten ist in Deutschland schwer gefallen, fällt bis heute schwer, aber gerade deshalb, glaube ich, war das eine ganz wichtige Zeit, die Jahre nach 1998, in denen wir haben lernen müssen und diejenigen, die damals, Joschka Fischer in der Außenpolitik und Gerhard Schröder als Bundeskanzler ganz vorne standen in der Verantwortung, haben es ja auch auf den Straßen oder auf Parteitagen erfahren, wie schwierig und teilweise auch brutal diese Auseinandersetzung war. Es ist ja etwas anderes noch hinzugekommen, und zwar in gewaltiger Geschwindigkeit. Deutschland, das vor 70 Jahren dann niederlag, ist heute, es ist strittig, ich sage, die drittwichtigste Nation der Welt, manche sagen, die viertwichtigste, zu den ersten fünf zählt es ganz bestimmt. Und wenn Sie als Außenminister auftreten, dann weiss man, da kommt einer der wichtigsten Außenminister überhaupt. Und ich komme aus einer Familie, in der es in den 50er Jahren, nun gut, es ist einige Zeit her, aber viel auch nicht, ein Cousin, eine Deutsche geheiratet hat. Und das war ein Skandal in der Familie, weil die Familie sagt, also Deutsch, nicht, dieses Reflex, und plötzlich ist Deutschland eine führende Nation. Wir suchen ja nicht nach Führung um der Führung willen. Ja, das ist klar, aber es ist da. Es hat sich vieles verändert und die Frage ist ja eher, ob man der gewachsenen Verantwortung ausweicht oder sie annimmt. Und ich sage deshalb in diesen Debatten über Deutschlands gestiegene Verantwortung immer, wir müssen uns gar nicht dafür entscheiden, ob wir sie haben wollen, sondern wir haben sie. Und das ist eben zu einem Teil Konsequenz der wiedergewonnenen deutschen Einheit, in der wir auch mit unseren Pflichten wahrgenommen werden. Zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass wir über die Jahre und Jahrzehnte hinweg ein stabiles, demokratisches Gemeinwesen gebaut haben, das stabile und handlungsfähige Regierungen hervorgebracht hat. Und letztlich, wollen wir nicht verschweigen, hängen solche Dinge auch an ökonomischer Stärke. Und die ist gerade mit Blick auf die Jahre nach 2008, nach der großen Finanzwirtschaftskrise, die ist in Deutschland nach den Reformen, die wir im eigenen Lande gemacht haben, deutlich größer als, Klammer auf, leider in vielen Ländern unserer europäischen Nachbarschaft. Denn besser ginge es den Deutschen auch, wenn wir nicht in grösseren Teilen der Europäischen Union Rezession hätten oder gehabt hätten, sondern wenn wir eine gleichmäßige wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung hätten. Einerseits ist das ja, also es muss ja sehr viel richtig gewesen sein, an dem, was die Deutschen bis heute gemacht haben. Und ich denke auch, dass, ich sage manchmal meinen Schweizer Freunden, eigentlich ist es für mich Deutschland die gesichertste Demokratie der Welt. Dann sagen sie, und die Schweiz? Dann sage ich, ja, die Schweiz hat, die grösste Partei der Schweiz ist eine rechtspopulistische, das wäre ja hier so nicht denkbar. Das hat seine Gründe. Also da habe ich eine Bewunderung für das, was geschehen ist. Aber gleichzeitig muss man auch feststellen, dies ist ein Gewicht, das auch auf andere drückt. Eigentlich ist es auch ein Gewicht dieser, es ist auch ein protestantischer Erfolg. Sie haben es ja für sich selber in Anspruch, ganz protestantisch, kalvinistisch war unser Ehrgeiz. Eigentlich ist das auch Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das so ein typisch deutsches ist. Deutschland ist ja nicht durchweg protestantisch, sondern wir sind ja so öfter etwa... Katholiken in Deutschland sind auch nur noch protestantisch. Das würden zumindest die Katholiken heftig bestreiten. Aber ich würde es auch. Nein, aber wir sind ja so ungefähr hälftig, hälftig protestantisch, katholisch. Wobei die Anzahl derjenigen, die nichts von beidem sind, in den letzten Jahren gewachsen ist. Also ich würde es nicht auf das protestantische verweisen, aber wir haben im Grunde genommen auch lernen müssen, weil wir, und ich erinnere mich in jedem Detail daran, die nun 1999, 2000 in einer gänzlich anderen Situation waren, als zehn Jahre später, vor 15 Jahren, als die internationalen Zeitungen schrieben, Deutschland der kranke Mann Europas. Und es war nicht herbeigeschrieben, sondern es war bedauerlicherweise wirklich so. Wenn die Wachstumszahlen jedes Jahr ein Stück niedriger werden und die Arbeitslosenzahlen steigen, die Ausgaben für Zahlungen an Arbeitslose auch und die Rentenkassen an ein Ende kommen, dann können sie sich entscheiden, so weiterzumachen, bis es nicht mehr geht. Oder aber umzukehren. Und wir haben uns damals zur Umkehr entschlossen. Sie reden, ich muss das mal verdeutlichen, von Schwarz-Grün mit, äh, Rot-Grün, Rot-Grün mit Gerhard Schröder als Bundeskanzlerin. Umzehn, die Gerhard Schröder entschieden hat. Und das waren nun Jahre, die kein Zuckerschlecken waren, für keinen, aber sicherlich auch nicht für die Politik. Und am Ende für jemanden wie Gerhard Schröder eine Situation, an der er sich entschieden hat, in das Risiko von Neuwahlen zu gehen, die ihm das Amt gekostet haben. Wenn wir von Führung reden, deutscher Führung, das Wort Führung ist ja immer noch ein bisschen heikel in Bezug auf Deutschland, aber wenn wir davon reden, von der Verantwortung, Sie haben das deutlich gemacht, dann ist es ja zunächst vor allem auch eine europäische. Nun gibt es, wie wir beobachten, von Griechenland über auch Italien, Spanien, Portugal, sogar zum Teil in Frankreich. Man könnte sagen, ein südliches Europa, Sie haben es auch angesprochen, da entwickeln sich andere Kräfte in kritischer Situation. Also Podemos, und es gibt eigentlich junge Kräfte in Portugal, aber auch die neue Regierung in Griechenland ist eigentlich aus jungen Kräften hervorgegangen. Da sind ja nicht nur Siesta-Menschen, die da Politik machen, sondern Verschlafene, sondern die haben ja auch irgendwo studiert und haben ja auch was im Kopf. Da frage ich mich manchmal, hat Deutschland die richtige Ansprache diesen neuen Kräften gegenüber, dieser südlichen Kultur gegenüber, die andere Lösungen sucht, ökonomische? Ich bin ja nicht immer in der Regierung gewesen in Deutschland. Ich habe ja auch Jahre hinter mir in der Opposition und ich kann mich selbst gut erinnern, dass ich manche Sprache, die auch aus Deutschland heraus gepflegt worden ist, Sätze wie, in Europa wird wieder Deutsch gesprochen, ähnlich kritisiert habe wie Sie, weil Sie, glaube ich, niemanden geneigt machen, uns wirklich zuzuhören. Also in der Sprache hätte sicherlich manches anders stattfinden müssen, als wir das beobachtet haben. Aber am Ende, Herr Mayer, hängen die Entwicklungen natürlich auch nicht nur an der öffentlichen Sprache. Vielleicht hätten wir in der einen oder anderen Situation überzeugender auftreten können. Aber am Ende stehen sich eben auch ökonomische Verhaltensweisen diametral im Raum und in der Frage, wie man mit der eigenen ökonomischen Zukunft umgeht. Wir haben für Deutschland lernen müssen, dass mit der gemeinsamen Europäischen Währungsunion klassische Handlungsmöglichkeiten, die man hat, durch Aufwertung und Abwertung innerhalb des Systems eben nicht mehr bestehen. Das haben wir lernen müssen und andere müssen auch damit umgehen. Das ist verdammt schwer. Nur, wenn wir über Sprache reden, so finde ich umgekehrt manche Sprache, die ein griechischer Finanzminister gegenüber den Deutschen gefunden hat, ebenso wenig hilfreich, um uns gemeinsam der Lösung näher zu bringen. Ich gehöre ja zu denen in Deutschland, das finden auch nicht alle gut, die immer gesagt haben, wir müssen versuchen, irgendwie, wenn es geht und verantwortbar ist, Griechenland innerhalb der Eurozone zu behalten. Und gar nicht nur aus ökonomischen Gesichtspunkten, sondern, weil ich sage, und wir haben ja ein paar Mal in diesem Gespräch auch über Kultur und kulturelle Zusammenhänge gesprochen, wir sollten auch nicht leichtfertig in Europa den eigentlich orthodoxen Teil Europas schlicht und einfach absprengen, indem wir sagen, Griechenland kann gehen. Wir müssen uns auch noch jenseits des Ökonomischen klar machen, dass uns droht, dass das europäische Narrativ beschädigt wird. Wir sagen, wir haben gegenüber unserer eigenen Öffentlichkeit immer gesagt, wir brauchen europäische Integration, weil wir nur mit einem Europa der 500 Millionen Einwohner am Ende werden standhalten können oder sagen wir, auf Augenhöhe operieren können mit den Amerikanern, mit den Brasilianern, mit den Indern, mit den Chinesen. Ich glaube, dass dieses Narrativ richtig war. Was passiert aber eigentlich, wenn dieses Europa nicht mit einem Problem fertig wird, was nicht mehr als 1,5% des gesamten europäischen Bruttosozialproduktes ausmacht. Wie reagieren dann diejenigen, die wir eben benannt haben, auf uns? Wie schätzen sie unsere Lösungskompetenz eigentlich anschließend ein? Insofern, es geht sicherlich um Geld, um das gestritten wird zwischen Europa und der griechischen Regierung, aber für uns in Europa muss es um mehr gehen als um Geld. Es ist ja, eigentlich ist der Nukleus der europäischen Einigung die Versöhnung von Frankreich und Deutschland. Damals waren doch die kulturellen Unterschiede, auch die Reflexe, auch die Sprache, auch die böse Sprache ungefähr so, wie sie heute zum Beispiel Griechenland. Es ist ja auch ein gewaltiger Graben, müsste man doch meinen, dass man das hinholt, zumal ja eine Gemeinschaft, die europäische Gemeinschaft, nur Sinn macht, wenn verschiedene Kulturen miteinander leben und nicht die gleiche Buchhaltung. Ich habe das auch verschiedentlich versucht mit meinen griechischen Kollegen. Wir haben jetzt eine Entwicklung, bei der ich Ihnen nicht sagen kann, wie genau es weitergeht. Ich hoffe, dass es gelingen wird, eine verantwortbare Lösung zu finden mit der gegenwärtigen griechischen Regierung, sodass wir vielleicht mal ein paar Monate, vielleicht ein Jahr haben werden, in denen wir nicht tägliches Krisenmanagement und nicht jeden Tag Austausch von scharfen Statements gegeneinander haben. Und dann können wir vielleicht über das reden, über das ich versucht habe, ein Gespräch zu beginnen. Wie schafft man eigentlich verlorengegangenes Vertrauen zwischen zwei Staaten oder zwei Völker wieder aufzubauen? Und das Beispiel Frankreich habe ich dabei immer in Anspruch genommen, auch darauf verwiesen, dass wir mit der griechischen Regierung Verabredungen haben, etwa über Jugendaustausch, über ein gemeinsames deutsch-griechisches Jugendwerk und ähnliches mehr. Die gegenwärtige griechische Regierung sagt uns, das habt ihr alles mit unseren Vorgängern besprochen und das muss jetzt alles nochmal neu besprochen werden. Ich will nicht ausschließen, dass es gelingt, will aber darauf hinweisen, vieles ist schwerer, als es im Augenblick von außen aussieht. Aber die Realität in Griechenland, in Spanien, mit dieser Massenarbeitslosigkeit der jungen Menschen, also Massenarbeitslosigkeit junger Menschen heisst Zukunftslosigkeit, also nicht nur für die jungen Menschen, auch für das Land, auch in Portugal ist das, auch in Italien noch so, da ist doch auch die Demokratie gefordert. Sehr interessant, dass diese Protestbewegungen, die sich jetzt plötzlich beliebt sehen bei den Wählern, die glauben ja an die Demokratie, die glauben natürlich daran, wenn gewählt wird, wird sich etwas ändern. Wenn die wählen und es ändert sich nicht, kann auch das passieren, sie sagen ja, das macht keinen Sinn. Es ist jedenfalls eine Riesengefahr und ich sage ja hier nicht zum ersten Mal, dass wir dringend etwas tun müssen gegen diese dramatische Jugendarbeitslosigkeit in manchen der südlichen Staaten. Dennoch reagieren die Menschen in den Ländern unterschiedlich. Ich komme jetzt gerade letzte Woche zurück aus Portugal, wo wir in den Veränderungen der politischen Strukturen offenbar etwas anderes sehen als in Spanien oder insbesondere in Griechenland. In Portugal scheint es so zu sein, als ob populistische, europaskeptische Bewegungen sich in den Wahlen nicht durchsetzen werden. Die Regionalwahlen, die es in Spanien gegeben hat, zeichnen ein etwas anderes Bild. Insofern gibt es überhaupt gar keinen Hinweis darauf, jetzt in irgendeiner Hinsicht Entspannung zu signalisieren. Ganz im Gegenteil, wir müssen dafür sorgen und das war ja auch das Ziel von Jean-Claude Juncker mit dem 300-Milliarden-Programm, das er aufgelegt hat, Investitionen so zu steuern und dahin zu steuern, dass der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und insbesondere Jugendarbeitslosigkeit nicht nur begonnen, sondern gewonnen wird. Unser Gespräch ist jetzt eigentlich nimmt auf, was allgemein diskutiert wird. Ich möchte es mal mit einem positiven Vorzeichen versehen. Manchmal tue ich mich dialektisch gesehen, war noch nie so viel Europa, in dem jeder Deutsche, jeder Schweizer sogar, als Nicht-EU-Mitglied zur Kenntnis nimmt, Griechenland ist Europa, Spanien ist ein europäisches Problem, Portugal, also alles, es entsteht Bewusstsein, dass es eigentlich um europäische Probleme geht. Also da entsteht doch auch so etwas wie europäische Öffentlichkeit. Es entsteht im negativen Sinne eine europäische Öffentlichkeit, bei der ich jedenfalls noch nicht sicher bin, ob sie am Ende Europa hilft, sondern wir erleben ja, dass im Zuge dieser stärkeren Öffentlichkeit Skeptizismus, Anti-Europäismus auch durchaus zunimmt und sich in Wahlen Geltung verschafft. Die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments jedenfalls hat ja wenige von uns wirklich erfreuen können mit dem starken Anwachsen populistischer und rechtsnationaler Parteien. Die ja sehr nordeuropäisch auch sind. Die wahren Finnen. Ja gut, aber kann man das mit dem Fonds National wirklich auf Nordeuropa beschränken? Sie haben Frankreich eher den mediterranen Ländern zugerechnet. Frankreich ist beides. Aber jedenfalls, dass es in Frankreich eine handfeste und großgewachsene rechtsnationale Partei gibt, glaube ich, wird niemand bestreiten. Nun, es gibt ja, also diese ganze Diskussion handelt von Ängsten. Also es ist ganz klar, Ängste sind da. Die Ängste seit dem ganzen Finanzcrash, die Ängste vor einer entgrenzten Finanzwirtschaft. Sie haben mal darüber geschrieben, es wäre besser, man würde dieser Finanzwirtschaft mal richtig Regeln geben, anstatt die südlichen Länder als die Sündenböcke für das Ganze darzustellen. Das ist so ungefähr, also das Zitat stimmt, nur nicht ganz wortwörtlich von Ihnen. und es gibt die Angst vor dem Unsichtbaren, dieser Big-Data-Welt, die ja eigentlich verkückt ist mit der Finanzwirtschaft. Die trägt das ja. Wie, welche Antwort, Sie sind Sozialdemokrat, von der Sozialdemokratie erwartet man eigentlich immer eine Antwort auf Zukunftsfragen. Man sagt, die anderen sind konservativ, nun sei das dahingestellt, ob das Ihnen mit der CDU zutrifft, aber im Prinzip sind Sie verantwortlich, zu sagen, da kommt was schief, wir haben eine Antwort. Ja, und deshalb haben Sie eine Antwort. Ich glaube, ein Teil Antworten ist hier gegeben. Wir haben gesagt, wer wirklich etwas gegen die Eruptionen auf den internationalen Finanzmärkten tun will, der muss neue Regeln schaffen. Das Problem bei der internationalen Finanzwirtschaft ist, dass sie nationalen Regeln nicht mehr folgt und einer der Gründe, um G20 ins Leben zu rufen, war ja, die relevanten Staaten in ein Forum zu bringen, in dem man sich gemeinsam neue Regeln gibt. Und wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, so war das unmittelbar in der Phase nach 2009 ja auch durchaus von einiger Vehemenz. Einige der Staaten haben eher noch mehr getan als das, was in G20 verabredet war. Die Sorge, die man auf die Zukunft haben muss, ist, dass wir uns zu sehr beruhigt fühlen, dass die Dinge offenbar wieder im Griff sind und unterschätzen, dass sich möglicherweise die Krise von 2008 so nicht wiederholt, aber dass im System andere Gefahren angelegt sind, die in künftigen Jahren auch mal wieder zum Ausbruch kommen können, vielleicht mit noch schädlicheren und weitreicheren Folgen, als jetzt der Fall ist. Deshalb ist meine Antwort darauf, man darf den Ehrgeiz nicht nachlassen in einer Situation, in der die Dinge sich scheinbar beruhigt haben, sondern mit Blick auf die können nur international getroffen werden, deshalb ist der G20 Rahmen der richtige. Aber im Grunde genommen ist Europa ja auch stark genug, also Sie sagen ein einzelnes Land, ich denke sogar Deutschland wäre stark genug Regeln zu setzen, um Deutschland kommt niemand herum, um Europa schon gar nicht. Wenn man bedenkt, dass Europa jetzt in dieser Zeit die Defizite der Engländer und der Amerikaner finanziert, wenn ich gar nicht, habe ich in der Neuen Zürcher Zeitung jüngst zu meiner Erquickung gelesen, es ist Europa, also der europäische Raum hat eine Macht, wenn er sie ausspielt, auch in Bezug auf Big Data, also auf die digitale Welt. haben nach den Sozialdemokraten gefragt und Sie wissen, dass wir heftig gefachten haben, über Jahre hinweg und nicht erst seit wir in der Regierung sind für die Besteuerung der Finanzmärkte, die vielleicht in der Schweiz nicht so gerne gesehen worden ist, aber in Europa eben auch nicht sofort auf Überzeugung gestoßen ist, weil wir natürlich auch unter den 28 Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Ländern haben, die sich selbst mit Finanzmarktplätzen nicht reichhaltig ausgestattet sehen, die diesen Weg mitgehen und andere die gegenteilige Interessen haben. Insofern ist der Einstieg, der jetzt ein Anfang der weiter gehen muss. Aber das Angebot der Sozialdemokraten sagen wir ein Projekt Angebot eines ich denke immer früher hat man ja gehofft es gäbe irgendwann einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz das war so ein stehender Begriff das gab es nicht es war unmöglich aber ich denke ein Kapitalismus mit menschlichem Antlitz müsste es geben können und da ein sozialdemokratisches Projekt sehe ich eigentlich nicht wie die Wahlergebnisse zeigen hält sich die Attraktivität ihrer Partei doch in Grenzen für die neue Generation für die Leute die da eine Veränderung wollen aber das heißt ja nicht dass man selbst den Anspruch auch nur aufgeben darf für dieses menschliche Antlitz für Politik zu sorgen selbst wenn das in der Attraktivität der Wählerumfragen nicht immer belegbar ist ich bin fest davon überzeugt dass wir in diesen letzten Jahren einen Weg gegangen sind der außen und innenpolitisch sozialpolitisch nicht nur verantwortbar war sondern der mindestens für unser Land wir wollen ja nicht Lehrmeister für andere sein für unser Land der richtige gewesen sind in der wir gesagt haben wir nehmen die Verantwortung die uns außenpolitisch zugefallen ist wir nehmen sie an gehen damit um wir haben vorhin darauf hingewiesen wir haben ja gesagt zu unserer Beteiligung bei der Auseinandersetzung auf den Balkan wir haben nach 9-11 und den mehr als 3000 Opfern gesagt wir können die Dinge auch in Afghanistan nicht so lassen wie sie sind haben dort Verantwortung mitgetragen und wir haben selbstbewusst nein gesagt als wir den Eindruck hatten dass die vorbereitete militärische Intervention im Irak falsch innenpolitisch haben wir in einer Situation in der es ökonomisch schlicht und einfach nicht mehr weitergeht im Bewusstsein dass uns das schaden würde gerade bei den eigenen Wählern haben wir eine Politik gemacht in der wir nicht unbedingt und nur mit Rücksicht auf die eigenen Wähler sondern um Zukunft für dieses Land zu ermöglichen eine Politik eingeleitet die uns wieder auf einen wirtschaftlichen Wachstumspfad geführt der macht es uns jetzt möglich auch sozialpolitisch wieder deutlichere Akzente zu setzen insofern sie können nicht alles sozusagen beziehen auf den Zeitraum eines Jahres oder zwei Jahre sondern aber ich beziehe auf den europäischen Raum die sozialdemokratie hat ja einen gewissen internationalismus in den genen nicht und ich meine sie reden jetzt zu recht von diesen jahren sieben jahren der das ist ja inzwischen gibt es ja kaum mehr einen bericht über den erfolg deutschlands ökonomisch ohne dass man auf diese jahre verweist das ist ja die seligsprechung später kommt noch die heiligsprechung von geert schröder nicht das läuft ja aber es geht ja mehr wo ist denn das sozialdemokratische angebot außerhalb der sozialpolitik wo ist das europäisch ich glaube man muss er erinnerung rufen wie diese europäische union gewachsen ist die europäische union war kein soziales projekt ganz im gegenteil vielleicht war sie sogar der versuch das soziale eher abzuwehren konservatives projekt so und wir haben es doch immerhin geschafft dass in den jahren in denen sozialdemokratie in europa stärker geworden ist in europa so etwas zu verankern wie ein sozialpolitisches gewissen wir gehen jetzt in eine luxemburgische ratspräsidentschaft in wenigen tagen in der wir es vielleicht mit der unterstützung der luxemburgischen präsidentschaft hinkriegen dass alle gesetzgebungsvorhaben darauf geprüft werden welche sozialen folgen sie auslösen und das ist nicht das paradies auf erden in europa aber sie merken dass es doch durch beharrlichkeit nach und nach gelingt dem der ökonomisch begründeten genese europas etwas hinzuzufügen was unsere sozialdemokratische verantwortung ist nämlich dafür zu sorgen dass nicht nur der binnenmarkt floriert sondern dass die menschen ihr auskommen haben bei alledem und das nicht nur im ökonomisch engeren sinne sondern auch was wie ihre sozialen und kulturellen entfaltungsmöglichkeiten wir reden ja also es gehört ja auch zu unserer kultur des westens wie eigentlich august winkler in seinem wunderbaren berg der westen ja feststellt es gehört eigentlich ist die kultur des westens die kultur der fragen und kaum ist eine lösung da gibt es die neue frage es ist eine fantastische kultur aber auch mühselig aber man muss feststellen europa das jetzt mit skepsis zu kämpfen hat überall man nennt die europa gegner netterweise immer auch noch skeptiker anstatt gegner aber gleichzeitig ist das ein sehnsucht beides es gibt es gibt es gibt es gibt es also das ist ein sehnsuchtsort für die ganze welt der menschen aus der ganzen welt schöner können sie mich nicht zitieren weil ich in meinen reden immer einen satz sage bei dem ich auch darauf bestehe dass er immer wieder vorkommt weil er nämlich unsere verantwortung kennzeichnet und das ist der satz dass der europäische traum nicht nur ein traum der europäer ist will sagen und das lernt man als außenminister vielleicht leichter als in anderen verantwortungen überall wo man hinkommt nicht jeder hat eine vorstellung davon wie dieses europa funktioniert manche zweifeln sogar dass es überhaupt funktioniert aber dass dieses europa eine art sehnsuchts ort ist in dem es vielleicht wie nirgendwo auf der anderen wie nirgendwo anders auf der welt gelungen ist eine einigermaßen vernünftige balance zwischen wirtschaftlicher rationalität auf der einen seite und sozialer verantwortung auf der anderen seite das ist der einzige ort ist in dem man das einigermaßen in eine balance bekommen hat und auch versucht als anspruch von politik diese balance immer wieder herzustellen das macht schon das besondere an europa aus und ich kenne kaum eine großregion dieser welt in der das erstens versucht wird durch regionale kooperation mehrere länder miteinander sicherzustellen noch dass die maßstäbe so wie ich sie eben beschrieben haben überhaupt gelten im prinzip ist es wohl in der jüngeren geschichte menschen geschichte vielleicht das größte historische werk das überhaupt unternommen wurde ja und deshalb lohnt sich alle anstrengungen dafür selbst mit den aktuellen themen die wir in diesem gespräch berührt haben und natürlich für jemanden der dessen herz für europa schlägt ist es schmerzvoll im täglichen umgang mit griechenland zu sehen dass wir nicht vom fleck kommen aber gerade weil ich dieses europäische projekt für so bedeutsam haben darf man das bemühen eben nicht aufgeben bei aller bescheidenheit wenn sie auftreten nehme ich an sie sind doch beseelt von der universalen gültigkeit dieser entwicklung aus der aufklärung zu modernen rechtsstaaten zu modernen demokratien ich ja relativieren sie die auch es ist ja modern jetzt das kulturell zu relativieren ganz im gegenteil meine position ist ja anders weil ich sage dass wir haben lernen müssen dass wir nicht allein auf der welt sind oder mit anderen worten dass sich die ganze welt offenbar doch nicht um die europäische sonne dreht kann man auf der einen seite verzagt werden und verzweifeln oder aber den schluss ziehen den ich daraus ziehe nämlich werben für dieses europäische projekt das erbe der aufklärung vorzutragen und ich glaube dass wir mit diesem werben manchmal viel zu kleinmütig sind und deshalb wäre der aus meiner sicht völlig falsche schluss selbst an diesem erbe der aufklärung zu zweifeln gibt es denn in diesem ja es ist ja auch gibt es auch große erschöpfung sie fliegen ja in der welt rum dass ich manchmal denke irgendwann fliegt ein flugzeug ihnen entgegen sie begegnen da und sagen da sitzt ja der steinmeier drin sie sind gerade auf dem weg irgendwo hin und der andere ist gerade auf dem weg nach hause ja 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 aber gibt es da auch glücksmomente ich meine wirklich persönlich sein toll toll ich habe was tolles erlebt ja das ist denjenigen die sozusagen den außenminister wenn er im fernsehen auftaucht immer in verbindung mit bildern sehen in denen krieg und konflikt herrscht sehr schwer vorzustellen und es ist ermüdend und erschöpfend und manchmal auch wenig es macht keine gute laune wenn man im dritten und vierten gespräch über die ukraine mit den russen und den ukrainern immer noch nicht vorankommt aber ich glaube nicht nur daran sondern ich bin davon überzeugt dass man mit beharrlichkeit auch erfolge erzielen kann und wenn sie danach fragen gibt es sowas wir haben jetzt gerade diese woche wir haben jetzt gerade diese woche vier der wichtigsten Konfliktparteien aus Libyen hier gehabt die haben in Libyen noch nie an einem Tisch gesessen die haben sich nur bewaffnet gegenübergestanden sie haben hier in Berlin zum ersten mal an einem Tisch gesessen wir haben sie auf einem auf ein Schiff eingeladen und keiner konnte runter so dass sie miteinander ob sie wollten oder nicht abend essen mussten und wir haben dann danach am nächsten tag erst die gespräche begonnen wissen sie das ist noch nicht der durchbruch zum frieden aber es ist immer der anfang von allem den man braucht um darauf etwas bauen was vielleicht die möglichkeit der deeskalation und den weg zu einer politischen lösung bereitet Frank-Walter Steinmeier ganz herzlichen dank für dieses gespräch vielen dank ihnen Eich vor allem nur bei bei